So beginnt doch für die meisten von uns der Uni-Alltag. Wir steigen am Park Sanssouci aus dem Regio aus und dann geht's schön wie ein Schäfchen in der Herde, immer im selben Trott, in manchmal doch wirklich endlos scheinenden Weg bis zur Uni lang. Und das jeden Tag, morgens hin und nachmittags zurück. Na, müde, langweilig, keine Lust mehr? Na, dann aufgepasst, wie wär's denn mal mit Abwechslung? Hm, ja gut, Abwechslung, wo soll die denn jetzt herkommen? Naja, wie wär's denn mal damit, einfach in der Freistunde direkt gegenüber das neue Palais zu besichtigen und gepflegt in netter Gesellschaft den Alltag pausieren lassen? Na, war das nicht schön. So ein kleiner Ausflug setzt auch noch dem schnödesten Uni-Alltag die Krone auf.